Hey Leute, es geht weiter mit Yoshi's Island und ich hab das Spiel ja gleich durch. Naja, mir ist aufgefallen, ich hab in Kanal Fatal noch nie alle 100 Punkte geholt, das hab ich zwischen Offscreen nachgeholt. Ist egal, jetzt machen wir mal Welt 6.5, sieht nach Feuer, Lava, irgendwas aus. Wir gehen hier ebenfalls mal rein und schauen, was uns da erwartet. 6.5, Nebelgrotte. Oh mein Gott, ist es da echt so neblig? Nein, nicht so eine Welt, wo der Hintergrund uns verfolgt. Ich fühle mich irgendwie verfolgt. Wie kommt mir das nur so vor, dann wird das ein bisschen schneller. Mit der Zeit irgendwie, keine Ahnung. Ja, wo hat man es denn so? Wow, wow, wow. Wir haben uns doch verarscht. Lieber Entwickler, was bringt es, wenn diese Eiszapfen runterfallen, bevor wir überhaupt im Bild sind? Shit. Ich hasse diese Feuerguys. Feuerguy. So, okay. Ähm. Tja. Mimis! Nein, da unten waren rote Münzen. Nein. Oder kommen wir da jetzt zurück? Naja, eine haben wir noch erwischt. Aber das bringt uns nicht mehr viel. Wird unten gehen sein. Aber wir haben das nicht gemacht. Gut gemacht. Du, Lord, du. Kannst gar nix. Fuh, Lord, fu. Du bist shit. Naja, hab ich was beim Stream zum Spiel. Aber wahrscheinlich, wenn ich diesen Part hochgeladen hab, dann hab ich die wahrscheinlich schon längst im Stream gemacht. Also gestern um sieben oder so. Oder vorgestern. Kommt drauf an, wenn ich das da hochlade. Weiß ich ja noch nicht. Das plane ich alles durch, je nachdem wie viel ich aufgenommen habe und so. Komm schon, geh auf. Oder kommen wir da noch hin, wo die roten Münzen waren? Das wäre natürlich irgendwie cool. Aber stimmt, die Kamera kam ja gar nicht wirklich vernünftig dahin. Dazu können wir da rein. Nein. Das ist auch nur für... Hey, vielleicht kommen wir wirklich noch hin. Oder auch nicht. Okay, hier haben wir jedenfalls eine Blume. Oder vielleicht auch da. Shit. Naja, werden wir am Schluss noch sehen. Das geht irgendwie im Kreis, ja toll. Das hast du gut gemacht. Ja, nicht in die Lava hinein. Wow. Das wäre nämlich nicht so toll. Denn bei Lava stirb ich sofort. Und dann bin ich voll. Äh, was hat das gerade für einen Sinn gemacht? Das habe ich gar nicht gut gemacht. Ja, das geht ja wirklich im Kreis. Da waren wir schon. Jetzt geht's da weiter, oder wie? Okay, dann geht's halt einmal im Kreis. Ja, machen wir es halt dem Lord ganz schön umständlich. Toll, okay. Ich habe keine Lust zum Sterben. Nein. Shit. So, okay. Alles nochmal. Wisst ihr was? Das dauert mir zu lange. Ich schneide das jetzt bis dahin. Okay. Tut mir leid. Okay, weiter geht's. Und ich bin ja so ein Held. Warum bin ich da eigentlich zuerst gestorben? Ich meine, ich habe ganz vergessen, dass man die auch runterschubsen kann. So. Aber jetzt. Jetzt ohne euch alle. Ich bin Lord ohne. Ja, okay. Wie du meinst. Oh. Ich bin ja so klug. So, okay. Jetzt gehen wir da mal rein. Ich hoffe, da kommen wir wieder zurück. Nicht, dass ich jetzt irgendwo fälschliche Weißing. Okay, anscheinend kommen wir zurück. Aber zu welchen Kreis? Oh nein. Wir kommen nicht zurück. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gegangen. Weil sonst wäre Scheiße. Oh. Toll. So. Wow. Weg. Geil. Okay. Komm schon, es geht doch auch schnell leer Anscheinend nicht so langsam wie ein Leer Reer Scheiß Reime, ich weiß, leider fällt mir nichts ein So ein Scheiß, weil er alles besser weiß Scheiß Reime gibt's überall Anscheinend nicht nur Mimis und Münzen Aber ich bin voll mit Mimis Was sich komisch anhört Ich meine, ich esse ja Mimis nicht, oder? Scheiße Das hab ich voll verkackt Und ich sing schon wieder einen ganzen Part lang Tut mir leid, falls ihr meine Singstimme nicht aushaltet Ich halte sie ja selber kaum aus Halt weg da Geil Okay, jetzt kommen wir zurück Und es laggt So geht's hier jetzt Nein, natürlich nicht So aber jetzt Gut, also wo kommen wir jetzt hin Also, sieht so aus, als wären wir richtig lang gegangen Ja, sieht schon so aus Alles richtig gemacht, weil sonst könnte ich mir nicht vorstellen, wie man das sonst machen soll Und es geht natürlich weiter Bum, 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 nur jetzt viel schneller Oh mein Gott, nein, nicht solche Vögel Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, jetzt kommen sie Die drehen doch nicht um, oder? Okay, die sind irgendwie voll umsonst Oh, die laufen jetzt mit uns mit, oder wie? Ja, 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 ja Anscheinend schon Das ist irgendwie eine coole Idee Und jetzt sterben sie alle Und jetzt wäre ich fast gestorben Und es wird immer schneller Keine einzige rote Münze unter diesen Münzen Scheiße Nein Nose Shit Genau eine einzige rote Münze Und eine einzige Blume Und deswegen kann ich das ganze Level im Stream Habe ich das ganze Level im Stream spielen können? Oh, total Also dann nehmen wir halt mal ins Ziel Weil wir lustig sind Und wir sind der Hammer Okay Jeden Pfast nur einmal einstampfen Das muss ich mir mal merken Weil doch geht nicht mehr so in meinen Kopf rein Weil mein Kopf von der Schule Voll überanstrengend ist Heute hatte ich Mathe-Schularbeit Also am Freitag Ich nehme die nächste ganze Parts jetzt am Freitag auf Einmal gepasst Ja Ja, ging mir recht gut Ich bin ja recht gut in der Schule Und so, ja Ich habe eine kleine Info schon mal vorweg Ja, ich bin zu faul Da was Vernünftiges zu holen Eine kleine Info vorweg Nächstes Wochenende Ich weiß nicht Am Samstag bin ich weg Ich weiß nicht Wie viel ich da aufnehmen kann Oder wie viel ich hochladen kann Also bitte seid mir nicht böse Wenn ihr nicht so viel seht, okay? Also, ähm Welt66 Äh, die fangen wir nächstes Mal an Wir haben schon 9 Minuten 30 oder so Also bis zum nächsten Mal Tschüss See